Kepselbartrube, die einfache für Sie. Ob direkt nach Silvester oder mitten im Jahr, manchmal verspüren wir einfach das Gefühl, unsere Garderobe komplett zu erneuern oder auszudünnen, weil sich über einen gewissen Zeitraum zu viel Kleidung angehäuft hat. Mit der Kepselbartrube räumen Sie nicht nur Ihren Kleiderschrank auf, sondern sind auch bestens gewappnet für jedes Ereignis. Doch was genau bedeutet Kepselbartrube eigentlich und was macht sie aus? Knapp zusammengefasst bedeutet es, dass Sie Ihren Kleiderschrank pro Saison mit maximal 35 Teilen füllen, die Sie alle untereinander kombinieren können. Die erste Idee der Kepselbartrube kam bereits in den 1940ern erstmals auf, beschränkte sich da aber noch auf ein Seat von Kleidungsstücken, die farblich zueinander passten. Die Londoner Boutique-Besitzerin Susie vorformte die Interpretation des Begriffs rund um Kleidung in den 1970ern um und beschrieb später, dass eine Kepselbartrube aus essentiellen Artikeln bestehen sollte wie Hosen, Röcke und Pullover, da diese nie aus der Mode kommen. Designerin Donna Karan sprang auf den Bartrube-Zug auf und kreierte gut zehn Jahre später eine Kepsel-Kollektion aus sieben Teilen, die alle miteinander kombiniert werden konnten, weil die Farben miteinander harmonierten. Weiter unten zeigen wir Ihnen, welche Artikel Sie für eine Kepselbartrube unbedingt brauchen. Um nun selbst Ihren Kleiderschrank auszumisten, überlegen Sie, welche Kleidungsstücke Sie länger nicht getragen haben und ob Sie sich mehrmals mit anderen Teilen kombinieren lassen. Generell gibt es ein paar Regeln, denen Sie folgen können, um einen Überblick bei Ihrer Kleidung zu erhalten. Auf folgende Kriterien sollten Sie beim Erstellen einer Kepselbartrube achten. T-Shirts gehören zu den B-Lessics, wenn es um Kleidung geht. Dazu zählen übrigens auch Tanktops, die bereits von Models wie Sinti Crawford in den 1990ern getragen worden sind. Egal ob mit einer Jeans, einem Silkskirt oder einer Stoffhose, mit seinem klassischen Schnitt sorgt ein T-Shirt richtig kombiniert für einen zeitlosen Style. Halsketten und Ohrringe dürfen hier gern als Accessoires verwendet werden. Eine Bluse oder ein Hemd in weiß eignet sich perfekt für verschiedene Gelegenheiten und ist daher ebenfalls eins der Basics, das auf jeden Fall in Ihre Kepselbartrube gehört. Ob zum Büro mit Hose kombiniert, im Sommer zum Kleid oder im Winter für zusätzliche Wärme unter dem Pullover, für Ihre Kleidung ist eine Bluse die ideale Ergänzung für Ihre Bartrube. Eng geschnitten sollte sie jedoch nicht sein, sondern darf gern etwas lockerer sitzen, ein Stil, der nicht so schnell aus der Mode kommt. Low-Weist, mit Riese, High-Weist, Boot-Cut, Skinny, Bär, Jeans gibt es mittlerweile in diversen Formen und Ausführungen. Aus der Mode kommt sie aber nie, auch wenn das oftmals anders behauptet wird. Wollen Sie gern Skinny-Jeans tragen? Dann machen Sie es auch, denn aus sind Sie nicht. Sie befinden sich nur gerade im Hintergrund, um anderen Schnitten das Rampenlicht zu lassen. Möchten Sie Ihre Kepselbartrube um eine Jeans, ob nun schwarz oder blau, erweitern? Dann wählen Sie eine Mid- bis High-Weist-Jeans mit geradem Bein. Die können Sie mit Sneakers, Boots und Sand allein kombinieren und sehen dabei immer stühlisch aus. Statt Jeans können Sie aber auch auf, Stoff, Hosen zurückgreifen. Sie sind im Idealfall sogar bequemer als Jeans und sehen trotzdem immer so aus. Als könnte Ihnen stylingtechnisch kaum einer das Wasser reichen. Einer der Vorteile der Kepselbartrube. Denn mit den zeitlosen Artikeln in Ihrer Garderobe werden Sie sich morgens nie wieder verzweifelt vor den Kleiderschrank stellen und sich fragen. Was Sie anziehen sollen, um nicht in den Business-Look zu verfallen, wählen Sie zu Ihrer Kleidung als Schuhe Sneakers oder Boots ohne Absatz. Ein leichter Oversized Pullover oder ein Tanktop dazu mitsamt gerade geschnittenen Bläserrunden das Outfit ab. Ein Rock ist nicht nur etwas für den Frühling oder Sommer, sondern für jede Saison geeignet. Egal ob kurz, lang, Pläserrock oder Pinzelskirt besonders dann, wenn Sie sich einen Rock in einer Basic-Külle aussuchen wie braun oder schwarz. Dank der Silk-Optik kann er sowohl zu offiziellen Anlässen sowie in der Freizeit getragen werden. Ist also vom Stil her unabhängig, ein Müsste für Fans von Mode und Nachhaltigkeit. Pullover sind unverzichtbar für uns, denn sie halten warm und passen zu beinahe jedem Outfit. Damit Sie hier auch sicher sind und ihn mit anderen Teilen kombinieren können, sollten Sie vor allem einen dünnen Rollkragenpullover und einen grob gestrickten Sweater wählen. Beide Schnitte können optimal mit den anderen Kleidungsstücken gestüllt werden und haben die Macht, den Stil einer gesamten Garderobe zu ändern. Strickjacken kommen und gehen in den verschiedensten Formen, aber wie bei den Jeans ist es so, dass sie eigentlich knee-out sind, egal welchen Schnitt sie haben. Investieren Sie hier gern für Ihre Kepsel-Wartrube auch in zwei unterschiedliche Formen. Einmal den schmal geschnittenen Cardigan aus feiner Wolle und einen mit leichter Obersitze. Ein schöner Wollmantel sorgt bei jedem Outfit für das letzte Finish und kann sogar Sportkleidung darunter stühlisch aussehen lassen. Achten Sie hier auf einen geraden unaufgeregten Schnitt. Einige Mäntel sind mit so vielen Aufsitzern verziert, dass es schnell überladen wirken. Neben zwei Seitentaschen und eventuell einem Stoffgürtel zum Zubinden sollte der Mantel keine weiteren Accessoires aufweisen. Mäntel gehören übrigens zu den Klassikern unter Kleidung und sind auch als leichter Trenchcoat ein zeitloser Artikel für Ihre Garderobe. Im Frühling und Sommer kann ein Bläser alternativ auch als reguläre Jacke verwendet werden. Eben deshalb ist er so unverzichtbar für Ihre Kepsel-Wartrube. Auch hier lohnt sich ein gerader Biss-Oversitze Schnitt ohne viel Aufregung. Ob nun Stiefeletten oder Boots, mit beide machen Sie nichts falsch, weshalb auch mindestens einer dieser Schuhe in Ihrem Kleiderschrank gehört. Am besten halten Sie sich hier an Schwarz, ein Ton, der immer geht. Die Stiefeletten passen hervorragend zu Jeans und Silkskirts. Die Boots auch und sind zudem perfekt geeignet für einen lässigen Look mit Stoffhose. Was auf keinen Fall in Ihrer Kepsel-Wartrube fehlen darf, sind Sneakers. Die bequemen Treter passen wirklich zu jedem Outfit und sind sowohl im Sommer als auch im Winter ein leuchtender Begleiter. Denn die Sneakers wählen Sie am besten in einem reinen Weiß. Helle Sneakers sind übrigens ein wahrer Evergreen in der Mode und haben schon oft bewiesen, dass Sie in mehreren Ausführungen in jede Garderobe gehören, da Sie zu fast jedem Stil passen. Last but not least, der Schmuck. Großes Bling-Bling und auffällige Farben sind auch hier eher unerwünscht. Stattdessen setzen Sie lieber auf mehrere Ketten verschiedener Gliederungen in Silber oder Gold. Bei den Ohrringen sind Sie am besten mit Kreolen in zwei Größen bedient, die Armbänder passen Sie an die Ketten an und eine Ohr sollte ebenfalls stilistisch zum restlichen Schmuck passen. Da Sie sich hier für klare Linien und einfaches Teils entscheiden, darf auch gern geleiert werden, also zwei oder drei Ketten plus Ohrringe, Armbänder und Armbanduhr. Vielen Dank.